Wie lange spielen haben wir... ne, dreimal schon. Ja, wir haben jetzt einen neuen Rekord gehabt. Ich glaube, der zieht gerade das nächste Update an. Glaub ich. Ja, das geht aber noch. Möchtest du nicht nach... Oh, ne 8 ist zu viel. Ja, du. Ja, der ist davor. Ne 3 muss die 4 von der Küstenstern von mir. Ne, ich glaube 2. Ne, ne 3. Pass auf. Siehst du? Sag dich ja. Bin ich gut, oder bin ich gut in diesem Spiel? Gut. Aber es ist meins doch jetzt. Ja. Ja. Du musst aber denken, dass ich zwei Dinge am Spiel habe. Na ja. Ähm. Warte mal. Was denn? Ne, kann man so nicht sehen. Ich dachte, über die Karte kann man das aussehen. Boah. Ja. Na ja, der macht gerade Update. Alter. 133. Na ja, der geht jetzt hoch. Aber extrem hoch. Ne. 9. Hier kannst du ein Stern wieder haben. 300. 334. Oh. Komm ich noch in 400? Ich hab gleich zu. Ich hab dann 400 dann ping. Ne, jetzt geht er wieder runter. Hoch. Und jetzt geht er hoch wieder. Der bleibt jetzt erst mal da. 2. 2. 2. Kann gleich, glaube ich, nochmal eben losgehen. Oder? Warte noch. Da. Können wir so spielen? Ich glaube eher nicht. Lass uns aber aussuchen, wo uns kommt. Schimmes Kran. Wer hat denn nochmal gehabt? Ich. So können wir aber nicht spielen. Der wird so lange bleiben. Aber nix, nix machen. Sollte immer nix machen. Hä? Sollte nix machen. Der bleibt erst so. Der wird jetzt wieder Ringer oder gleich wieder zieht er hoch. Mach doch einfach. Ich kann da sehen nicht abbrechen. Ich werde sie wieder hochfallen. Nimm keinen von euch. Könnte ich nicht mal von helfen. Deswegen wackele ich auch nicht. Früher habe ich mich immer gefragt, wie das geht. Musst du immer klicken. Oh, ich habe aber irgendwie meistens nicht hingekriegt. Finish! Das müssten 10 sein, ne? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Jo. Alter, der hat jetzt auch schon zwei hier sitzen. Ja. Ich weiß von nix. Alter, wie schnell hintereinander die Dinger. Ja. Jo. Noch irgendwo, wenn man nachher kein Münzen hat, ne? Und geht das halt so schnell. Schade. Ha, 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 ha. So ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. Oh, Louis, sie sagt immer noch. Oh, no. Ha, 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 ha. Hm. 99 Sterne. Und die 100 Sterne. Komm. Hast du es gesehen? Ja. Ist aber normal. Ja, aber es fällt. Boah, wir müssen wieder 90 Prozent erreichen. Oder 90 Punkte. Zwick, zwick. Guck mal, das Omas Bäckchen. War ich nicht. Oh, mein Gott. Wo bin ich da unten? Wah, fuck. Ich glaube, ich lasse das so. Das könnte... Ich glaube... Ach, du Leute. Weil ich, fuck, du hast gesehen, ein klein bisschen runtergezogen habe. Aber ich bin mir nicht voll verrutscht zuerst. Egal. Ein klein bisschen runter habe ich 98 Prozent gehabt. Ja, habe ich auch gehabt. Ja, ja. Und ich bin nicht verrutscht. Ich habe einfach nur so gemacht. Ja, ich bin verrutscht. Weil ich hätte ein bisschen weniger gehabt. Aber ist mir egal. 1, 2, 3, 4. 4. Ah. Ich würde mal noch helfen. Drei gegen eins. Drei gegen eins. Drei da da da. Drei da 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 da. Kaa aus Poly. Wer dagegen. Schade, jetzt habe ich mir nicht gedacht. Hä? Ja, schon wieder mehr Münzen. Keine Ahnung. achte ich auch nie darauf ja ja starten wo wir mich da weg drücken gehen auch bitte zu dem wenn du dich aufregst finde ich das viel lustiger und dann denke ich mal krieg hier entsteht er hatte nichts und nicht mal richtig um einfach genau bau da möchtest du mich nicht bei don't come besuchen sag dich heute ist mein heute ist der zukunftstag kommt gleich noch schaden danach nur vier würfel ich will aber keine süßigkeit nicht schon fett genug und wenn der ich davor dd 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 das ist so und das ist echt nun reines wünschen und rote aber merkst du schon dass wir diesmal nicht so viele münzen sammeln ist von 9 dass ich hier auch b nein rechts und links was richtig scheiße ist besonders mit computer genauso scheiße ja genau dieses fleckerbild schmied ich wusste das noch gar nicht ich wollte das nicht so auffällig machen dass es schon so schnell geht ich wollte das erst nach der kurzfahrt im ziel machen wenn es so brenzlig geworden wäre ich Vielen Dank.